So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von meinem Let's Show Minecraft. Und ich habe einen Seed gefunden, bei dem eine ziemlich lustige Sache ist. Wir gehen mal einfach auf Überleben ins neue Welt. Der Seed heißt Pilzbiom. Man spawnt jetzt nicht in einem Pilzbiom, nicht dass ihr das hofft. Und so, ihr werdet gleich sehen, was ich daran lustig finde. So, jetzt ist erstmal die Frage, wo spawnt man denn? Hm, darauf gibt es eine Antwort, auf einer Grasfläche. Das Spiel muss vielleicht gerade ein bisschen laden, jetzt geht es aber auch wieder. So, ihr lauft einfach nur über das Gras. Stellt euch einfach vor, ihr werdet im Survival-Modus. Ihr baut Holz ab. Und dann sucht ihr nach Steinen, findet keine, weil hier nur Gras ist überall. Und dann auf einmal in der Wüste. Oh mein Gott, ein Stein! Ihr stellt euch drauf, baut den Stein ab. Und habt die absolute Arschkarte. Tja, ich wollte euch einfach nur mal diesen wunderbaren Seed zeigen. Und dass es einfach nur zum Lachen ist. Und ja, bis zur nächsten Aufnahme. Okay.